Bist auch du der Meinung, dass alle Lebens- und Partnerschaftsformen des Staates gleich behandelt werden sollen? Findest du es einfach, dass die Menschen, die Frauen sind, durch unser System fiskal? Mit der Volksinitiative der FDP-Frauen für eine Individualbesteuerung haben wir uns in der Hand, um alle Menschen in diesem Land einzeln und damit fair und gerecht zu besteuern. Unterstütze uns beim Unterschriftssammeln. Hilf uns, sei es beim Mittagstisch, beim Feierabendbier oder am Samstagmorgen, wenn wir posten gehen. Wir brauchen deine Hilfe. Danke für die Unterstützung. Wir sind überzeugt, dass wir mit dir die Suisse progressieren können. Wir sind auf dich.